Für euch da draußen, die die Nächte lieben. Für Nachteulen und Nachtigallen, die finden, dass die Nacht viel zu schade zum Schlafen ist. Wir sind Nick Knight. Für Drama Queens. Jonna, wir werden einen Weg finden. Wir schaffen es nicht mal zusammen zu sein. Wie sollen wir denn bitte ein Kind rausziehen? Für Reality Kings. Morgen ist der große Tag. Die Catfish-Detektive werden zuschlagen. Und Fans guter Nachtgeschichten. Ich will nicht mehr ständig alles an mir hinterfragen, sondern einfach leben. Für die Generation Praktikum. Was soll das heißen, die mit Apfel und Speck sind aus, kleines Miststück. Für nächtliche Schwärmereien. Amy, hast du Gefühle für mich? Und dem täglichen Wahnsinn. Hast du gepinkelt? Nein. In Deutsch oder Englisch. Das ist so lustig. Mann, das wird uns kein Mensch abkaufen. Jetzt weiß ich, was mich ablenkt. Nick Knight. Jeden Abend ab 21 Uhr. The night is ours.